ARD Text im Auftrag von Funk Erster! Verarschen? Nimm das andere Brot! Vergiss es man, der war doch nicht mal im Toaster Waregenießer essen 240p Waregenießer halten die Schnauze Uh, Epic Fail Das schmeckt echt geil Fake! Wie bitte? Ja, Fake! Mit Schinken kann das gar nicht schmecken, du Faker Ich denke, er hat es bearbeitet Was zur Hölle labert ihr? Probiert doch selber, das schmeckt wirklich So ein geldgieriger Faker Behauptet das würde schmecken, voll dreist Nur um mehr Klicks zu ergattern Wo man sein kann Was ist los mit euch? Ich will doch noch meinen Toast essen Ja, und nachmachen Ja, du machst voll den Außenseitern nach Das ist nicht ganz richtig Wikipedia sagt, dass es den Toast schon vor den Außenseitern gab Wir haben es kapiert Klugscheißer Ihr habt's hier nicht mal, ey Hey, Ali! Magst du Brandburg? Wag es bloß nicht Wag es bloß nicht Also, diese Aktion bekommt von mir definitiv einen Daumen runter Ich kipp dir gleich den Daumen in deine Visage, Alter Bloop! Hä? Bloop! Ja, es wäre vielleicht keine so gute Idee Aber die YouTube Communities, muss man auch sagen, unterscheiden sich von Land zu Land Während man in Amerika YouTube nicht so ernst nimmt und einfach nur die Videos genießt Meckert die deutsche Community so richtig schön über alles und jeden Also so richtig schön meckert Deutschland Meine Botschaft an euch? Nehmt YouTube nicht so ernst Es ist nur meine Videoplattform und nicht das Leben Und ich würde auf YouTube jetzt niemanden hassen, nur weil man dessen Videos nicht mag Ich meine, vielleicht ist die Person privat ganz anders Das mit der deutschen Mecker-Community wird mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu doof Deswegen, ich weiß nicht wie es mit euch ist Aber ich zieh nach Amerika und mach auf Englisch weiter Haut rein! Okay, ist vielleicht auch nicht so toll wie ich dachte Dort gibt's nicht unbedingt weniger Hater und dann ist da auch noch Planking soweit verbreitet Dümmstes Internet-Phänomen ever Schreibt mir unten in die Kommentarbox, was ihr über die YouTube-Community denkt Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis zum nächsten Mal bei iBloody, ciao! Bis zum nächsten Mal!